und entspricht der wahrheit es kann verifiziert werden sechs haben nicht gereicht ich habe noch theoretisch letzte chance ich kann noch drei leitern machen dann ist das holz aus jetzt erst einmal die crafting menschen wieder mitnehmen und wir den stein in die wand setzen erst mal überlegen ob ich hier durchgehen kann alter fahrrad die türe und guck was passiert immer gar das ist ein creeper davor hallo kommst du rein oder bleibst du draußen nein es fehlen zwei vor der eingangstür bitte weghalten fernhalten hallo ja äh kann man bitte irgendjemand töten der steht denn voll raus er kommt rein fuck oh mein gott oh mein gott bewegt euch nicht in den hof da ist ein creeper da hast du creeper ich renne hier voraus renn raus renn raus oh mein gott vor der oh gott da ist noch einer oh gott oh gott renn um das ganze ding da sind skeletons oh gott da kann ich oh shit das war ein skeleton hey manchmal brauchen die creeper drei schuss manchmal auch nicht zwei schuss so ein creeper ist tot oh gott da ist noch ein creeper oder hat jemand den bogen den ich hier gesehen habe ich bin doch voller marsch ja oh ich bin damit aber auch schon einmal gestorben falls du das gerade nicht gekriegt hast aber doch warum ist hier noch kein warum habt hier keine mirror plate vor der tür treppe steht ja gut hier ist noch kein holz ready haben wir unten irgendwo wasser was man sich snacken kann oder läuft irgendjemand jetzt runter mein gott macht der schaden alter trotz rüstung what the fuck oh lol steht da noch ein fuck man sollte erstmal den dkn bauen bevor ich ja geh mal durch ah geh weg shit fuck fuck das ist noch einer das ist noch einer fuck what the fuck hier sind solche retards hier ist noch einer oh hier sind zwei oh my god oh god oh god retards trifft es ganz gut ja wir sind überall weg hi peter wie gehts hier die wasser wollen hier sind noch zwei hallo da haben wir irgendwas weggespringt oder nur so ein bisschen da aber du darfst dir echt angewöhnen die tür zuzumachen wir brauchen da so ne presser plate davor na gut ich glaub die ist noch gar nicht ich glaub Tobi wollen das was ich bin ne ich bin mir ziemlich sicher dass du das machst ne ne so gerade ich bin die ich bin gar nicht durch die tür gegangen dieses mal übrigens oh god er ist verbrannt endlich ich bin runter runtergefallen von der mauer dann ein bisschen gepanickt weiß nicht was was passiert ist ich war unzingelt von 20 creepern 50 millionen bogenschützen oh god das war nix das war nix ne ja vielleicht hätte ich mit dem schild ja die gute birge die gute birge da brauche ich halt noch ne eiche ab ok ok ist ja alles sauber vom creeper oh god da unten liegt einer wo ist die crafting bench leute ja ah bei dem inventar was hat da grad geknallt so mega laut ja nein vielleicht war es nicht die eingangs nein oh mein god Toki ok ich komme um die echte oh mein god ich riss aus man ich bin sie doch nur runter nein es kommt spring runter spring stirb ich irgendwas oh mein god wie du bist du eine flachweiße mach mal was gegen die fucking creeper krass ey du öppelst die tür und da stehen ja zehn creeper Ja, du musst immer erst oben gucken, bitte. Ja, ich war ja oben am gucken. Wie soll ich sonst rausgehen? Dann ist der da nicht auf einmal. Den einen hab ich ja gesehen, aber das hat plötzlich zwei, drei andere kamen. Die waren nicht selber. Oh, bitte nicht explodieren. Warum können die denn da alle campen? Haben wir da Schatten? Das ist nichts an der Mauer. Das gleich ist geil. Aber Creeper überleben ja auch die... Oh, die Tür ist weg. Alter! Peter, deine behinderten Bäume, ey. Wir sind echt alle behinderten. Oh, ne Scheiße. Ach, ich geh jetzt mal Bäume suchen und so. Ich darf auch jetzt. Aua. Ich hab mal ein bisschen Oakwood in die Kiste gelegt. Und die Creeper-Mine steht wieder. Weißt du, wir brauchen irgendwie so einen Vorplatz oder sowas. Damit Küpen nicht da hinkommen, what the fuck. Die guten alten Dricksbäume. Ja, weißt du, ich kletter halt da in dem Turm hoch. In dem kleinen Turm hoch, weißt du. Und dann ist mir ein Baum in deinem Gesicht. Weil Peter meinte, ach, wo... Wo wäre denn mal ein guter Platz für Bäume? Oh, mitten in unserem Innof? Ja, doch. Wir bräuchten uns irgendwann mal so eine Schweinefarm oder sowas. Weil irgendwie langsam... Ja, ich bin ja dran. Du kannst schneller. Spannt euch mal. Ihr seid ja auch noch nicht fertig. Ah. Ich muss jetzt wieder Essen suchen. Ja. Ja. Das Ding ist, du tötest halt alle Tiere. Läh. Du kannst die Tiere mal herbringen, statt die zu töten, du Bauer. Wo bist du Bauer? Hier. Ja, hier. Toll. Siehst du, wo bist du denn gerade? Ich bin keinem töten. Läh. Was? Haben wir irgendwas mit ganz Locken? Ja, ja. Ich hab davon was. Wenn du mal herkommst, du musst nur her hinkommen. Ja, wo denn du? Mongo, ey. Ja, wo bist du denn? Ja, ich bin ja auf der Borde. Ist doch auf der Borde. Ja, auf der Borde. Warum ist hier Lava mitten in dem... Komm mal Richtung dein Haus, dann hole ich dich ab. Ja, warte. Hier sind noch Kühe und Schweine. Wir müssen noch sterben. Hurensohn, ey, lass dich stehen. Nein, nicht in die Lava. Ja, ich schlag die Lava raus. Wir müssen auch gleich mal hier das Haus wieder fixen. Ja, wo ist denn das... Da ist das Haus. Jetzt hab ich Oakdor gebaut, wir haben auch noch einen, egal. Hat noch jemand irgendwas zu essen? Ja, Oakdor ist falsch, Peter. Egal, ich bau trotzdem Oakdor hier. Komm, zack. Ist noch im Ofen was, Lukas? Bei mir? Also Kohle? Wo kommen wir denn das? Ist doch Kohle. Kohle brauche ich ja gar nicht. Nee, dann können wir ja erstmal was zu essen machen für uns. Oh Gott, ich kann mir nicht mehr raus. Nee, erstmal raus... Ja, hier ist in der Tat noch ein bisschen Kohler. Und hier ist... Togi, du hast auch alles mitgenommen, was noch von der Tür übrig war, ne? Äh... Ist dir auch klar, ne? Du hättest es auch mal hier lassen können. So, die Birke-Sachen, weißt du? Wovon wir halt nichts haben, was ich schon seit zwei Stunden sage. Und durch haben wir aber gerade eben Birke gefahren. Ist gut, dann gehen wir mal her. Tobi, wo hast du denn jetzt... Hast du jetzt schon alle gekillt, oder was? Was? Nein, warte. Wir brauchen erstmal was zu essen, Lukas. WTF? Dann sterben wir. Da hast du was zu essen. Meine Fresse. Nein. Vielleicht nicht. Hält man uns hier unten auch noch Birken-Zeug. WTF? Kann ich mitnehmen. Ja. Da und... Oh, Peter, das ist lieb, aber das wird nicht lange halten. Das ist nix. Oh, Pressure Plate jetzt da. Ja. Ja. Warte mal, ich hab sogar noch Birken-Birken-Türen. Auch da. Auch da haben wir jetzt immerhin ein paar. An deinen Türen. Nein, ich brauche Tiere. Nicht Türen. Jesus Christ. Ich würde übrigens nicht empfehlen, da eine Pressure Plate jetzt zu machen. Okay. Ich dachte, wo sind denn die Tiere, die du jetzt da eben versprochen hast? Ja, wo bist du? Komm zum Haus, wo bist du? Hi Leute, das ist voll super. Ich bin hier. Auf der Wiese. Ja, da hinten. Ja. Wo sind die Tiere? Und? Also im Idealfall sind ja drinnen keine Monster. Und dann vergisst auch der Lukas nicht seine... Nein, hier ist ein Loch! Oh da, heck, alter. Fucking creeper. Das ist einfach nur Lava hier, what the fuck. Oh, mir ist irgendwo ein Zombie. Oh, da ist ne Kuh. Wissen. Aber Lukas da ist. Oh, Kuh, nicht in die Lava. Was hast du denn zum Anlocken-Klassen? Da hinten sind Schweine. Ja, da hinten. Gib mir was zum Anlocken. Das ist ja nicht wie man was andachter war. Vielleicht nur eins davon. Oh, und so. Aber ich kann ja, wenn du Hühnchen findest... Nein, nicht weglaufen, Kuh. Kuh, mach muh, komm her. Also die Kühe brauchst du nicht mehr, oder? Die kannst du töten. Was? Nein. Ich brauch zwei Kühe. 2 Kühe. Alter, wie die Treppen sich platzieren, ist auch so hardcore random. Haben wir noch nicht die nächste Kuh. Kannst du vielleicht mal die cool Kühe, die weiter weg stehen, killen? Du Hurensohn. Ja, gut, dass wir Holz auf dem Dach haben. Schweig. Ernte frisch. Äh, es wird langsam wieder dunkel, Lukas. Ja. Wir haben wieder nichts gemacht. Ja, das ist halt echt so. Lol, folgen die Schweine nicht dem, nicht dem Wied. Weiß, ne? Ähm. Ich weiß nicht, ob die nicht den Karotten fangen. Moment, äh. Gut, dass er Karotten noch nicht haben. Ja, also... Kühe und Schafe und... Äh. Was? Wo ist unser Haus? Ich will hier nicht im Dunkel sein. Oh Gott, ist es dunkel? Lukas, wo bist du? Ich bin die Kühe nicht mehr. Wo läufst du eigentlich denn, Lukas? Ich bin gerade die Kühe Richtung Gatter anführen. Kuh, du Scheißvieh. Hier ist das Vieh. Ja, ich beschütze dich. Warte auf mich. Unter Beschütze? Du musst mich nicht vor den Kühen beschützen. Nur, dass das schon mal klar ist, direkt von Anfang an. Ne, es wird dunkel. Ich will nicht allein hier sein. Kuuu macht Mo. Jetzt komm her. Oh, Peter, kannst du hier mal dein... Dein beklacktes Holz... Achso, das sind super Birken. Oh, Peter. Ich wollte gerade... Ich hab hier gar nicht gesehen. Alter, die eine Kuh ist genauso wie Tokio. Also, ich hätte dich gerade fast angegriffen, weil ich dachte mir jetzt ein Skelett. Ja. Der ist auch so feist. Oh mein Gott, der höre ich gerade von... Alter, die eine Kuh ist richtig betadet. Tuki, fuchtel mal nicht mit deinem Schwert um die Kühe rum. Ne, ich... Ich mach das nervös. Ich garde dich, Lukas, easy. Wo bist du? Ja, garde... Da oben läuft ein Kriefer herum. Wo denn? Mach den mal kaputt. Irgendwie. So, ist da meiner. Springen. Nicht explodieren. Nicht explodieren. Ja, du. Okay. Nicht explodieren. Ach Gott, Alter. Braucht er vier Hits? Nein, er braucht fünf Hits. Was ist denn los mit dem? Alter, er braucht sechs Hits? Eben... Ach Gott, Alter. Also, man klettert ungefähr 30 Sekunden übrigens. Ist das hier noch ein Zombie? Fuck. Also, Lucky Boy, ich mach jetzt hier innen auch die, ähm... Komm her! Alter, diese Viecher. Die sind so stupid. Gott, Alter, hier sind überall Viecher. Ah, Lukas, wo bist du? Da, okay. Hinter dir. Ich bin immer noch... Stirb, Zombie. Stirb, 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 Stirb. Jetzt freut du gleich irgendwas. Tuki, du bist keine Hilfe gerade. Ja, ich... Ich hab jetzt... Ah, jetzt hab ich auch angreifen von einer Spinne. Ah, Gott. Tuki? Ja, okay. Also, wenn du farmen willst, das funktioniert jetzt. Du kannst drunter springen und... ...lettern. Ja, ich... ...müsste hier erstmal Lukas beschützen. Lukas, wo bist du? Sieht jetzt natürlich von außen noch ziemlich doof aus, weil... ...noch nicht die Stone-Slebys haben. Oh Gott, hier sind Bogenschütze, Lukas. Und... ...spinnen und alles. Äh, Lukas, ziemlich irgendwo. Oh mein Gott, lass wieder. Okay Lukas, sie... Die machen mich tot. Ich bin fast tot, Lukas. Ich bin fast tot, Lukas. Loll! Kommt der denn her? Ich bin fast tot, renn! Renn! Scheiß auf die Kühe! Renn! Jo! Okay, vielleicht sollten wir das mal am Tag machen. Alter, was ist hier ein Enderman, Peter? Ja? So, ich komm mal zu dir. Er ist schafft, krass. Ich glaube, ich hab gerade einen gerät, oder was? Ich glaube, ich hab gerade einen gerät, oder was? Da ist die Treepa! Ja, ich hab auch einen gerät. Alter, was hier alles rumsteht! Vielleicht weil Nacht ist. Nee, da hinten was explodiert, du Huren. Explodiert ja mal. Wo, wo? Oh mein Gott! Wo ist denn hier irgendwas? Wo bin ich? Wo ist die Burg? Da hinten? Warum ist die Burg dahinten, Alter? Wo muss ich hier nie gelaufen? Ah, Lukas, da oben hängen übrigens noch zwei Skelette und eine Treepa. Alles weggemacht? Oh mein Gott! Ich suche gerade noch Saplings. Eigentlich müssten hier noch ein paar mehr liegen. Oh mein Gott, Elfe, 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 Elfe... Wo ist denn hier der Enderman? Ich habe Angst, ich werde sterben. Habt ihr die Knochen schon verbraucht? Und Toki isst schoosssss! Du kannst nicht, ich bin jetzt nicht von Zombies. Ich weiß es nicht. Ich schütze nicht mal. Bist du hinter mir? Das ist ein Enderman, den man hört hier, oder? Ach, ein Enderman, Alter. Ich laufe mal straight an dir vorbei, Richtung Burg. Ich hab hier auch wieder nichts bis kaum was zu essen. Ja, same. Ich hab nicht so viel... Ach, Downton's noch um... Ne, bis dorthin ist dort zu laufen. Äh, ist nicht oben noch die Tür offen und alles? Oh mein Gott, da ist ein Creeper, Lukas. Einfach mal umlaufen, so. Peter, sag's einfach, oh mein Gott. Wie du explodierst, wie du explodierst. Oh, hier ist noch ein Creeper. Oh, hier ist noch ein Creeper. Oh, hier ist noch ein Creeper. Von der sicheren... Von der sicheren Mauer. Da sind Enderman und Skeletten. Oh Gott, oh mein Gott, ich hab angeschossen. Oh Gott. Wie du Skeletts sagst, Alter. Oh Gott. Von den Skeletten. Oh, ne, da Enderman und Skeletten. Oh Gott, ich bin gleich tot. Oh mein Gott, ey. Das ist so amartig. Tja, Tuki, du hast mich gut beschützt. Das muss ich sagen. Oh, und so. Ich hab mir gefallen so. Fick deine Brüte. Warum steht hier ne Pressure Plate? Ja, nicht da drauf gehen. Fick deine Brüte. Fick deine Brüte. Fick deine Brüte. Halt halt die Brüte auch. Tuki, hast du jetzt eigentlich das Essen? Hast du ja das Essen liegt draußen um uns vor der Tür. Zwischen Enderman, Skeletten, Zombie, Creeper. Alles was du jetzt begehrt. Und uns auch ganz viel Eis und Zeug und so. Nice. Ja, aber wenn wir zu lange warten. Hat einer von euch Essen? Dann würde ich das Zeug versuchen wiederzuholen. Hab nichts. Hab kein Essen. Das einzige, was wir nicht haben, ist Essen. Ja, theoretisch rausrennen, aber... Weil ich hab nichts mehr dabei an Sachen, aber... Warte, diese scheiß Pressure Plate hier... Ja, wo du halt alles in die Luft springst, ist halt uncool, ne? Kann man hier mal diese scheiß Pressure Plate da vor der Tür wegmachen? Ich hab Angst, wenn ich auf die Leiter klettere, dass ich die Aussage auslöse. Ich kann mal gucken, ich hab noch... Ich hab's weggemacht, Alter. ... 6 Pfeile. Also, die kann theoretisch die Creeper, wenn da welche sind, ausschalten. Ich schubse dich mal nicht da runter, Lukas, ne? Meinst du? Wo sind denn da? Da sind aber auch keine... Da hinten. Doch, da hinten. Nein, da sind nur 3 Creeper. 4 Creeper. Oh, ich hab' nicht getroffen. Oh, ich hab' nicht getroffen. Vier hinten aus 4 Creeper. Fuck this shit. Darf ich Tür aufmachen? Hm. Jetzt seh' ich den nicht mehr. Nein. Nein, Peter. Da liegen 4 Creeper. Unten ist ein Enderman. Feuertür ist noch ein Zombie. Was haben wir auf der anderen Seite? Ihr könnt mir mal Pfeile machen. Nein, nicht. Haben wir denn Fehler? Ach, ach. Auf der anderen Seite ist übrigens noch ein Creeper und noch ein Zombie. Nice. Alter Schwede. Oh Gott. Oh Gott, sind das viele da unten. Oh ja. Ähm. Jetzt haben wir uns mal eine Pfeile an. Oh, du hast gewonnen, krass. Bist du? Ne, warte mal. Bleib mal da stehen. In der Truhe waren noch 5 Pfeile. Oh, das Enderman. Ich hab' nicht einen Kuss gegeben. Ich hab' nicht einen Kuss gegeben. Und das sind 6. Aber das reicht halt auch nicht. Also... Da unten ist uns noch links an der Mauer ein Enderman gewesen. Du kannst ja versuchen, die Creeper zumindest zu können. Oh. Das war einer. Von 3. Wir brauchen Bomben. Auf der rechten Seite sind noch Zombies. Ja, dafür bräuchten wir erstmal Verzauberung. Ich hab' wieder keine Pfeile. Aber da steht noch ein Creeper und 4 Zombies. Ja, haben wir hier keine Federn? Ich hab' 3 Leben und 2 Essen. Oh Gott, noch ein Creeper. Meinte keiner durchraschen? Nein, kann ich nicht. Dann kannst du nicht. Du gehst alles in die Luft. Wenn du außen von der Maul springst, dann schon. Also es ist noch ein Creeper jetzt da. Den hab' ich auch schon mindestens einmal getroffen. Autsch. Meinst du hier, Lukas? Nein. Ja. Na, ne, da nicht. Auf der anderen Seite oder so. Ich hab' wieder ein Zombie hoch. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Und zwar ein kleiner. Da, wo keine Viecher sind. Das wirst du ja wohl sehen. Und dann haltest du deinem Zeug durch. Gibt's noch, gibt's noch Federn hier, ja? Äh, ne, soweit ich weiß hier ist, äh, leer. Ja, keine Federn. Nein, ich hab' schon einen Huhn hinten, ja. Gibt's ja immer wo eine Stelle, wo man runter kann, ohne zu sterben? Nein. Nice. Also halt da, wo die Leiter ist, ne? Ja. Von ein paar Stellen kannst du auch einfach auf das Haus in der Mitte springen. Oh, da ist ein Enderman. Ne, ich will ja... Ah, ich hab' nicht anguckt. Enderman. Geh weg. Da ist nie Zombie, der mich anguckt. Und jetzt hier noch Enderman pullst, ne? Ja, wär' uncool. Gut erkannt. Wir haben nichts zu essen. Wir haben nichts zu essen. Ja, das Essen liegt vor der Tür. Ja, wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr, weil es dies braucht. Noch unten in keiner Truhe. Ah, ihr habt alles weggefallen hier am Morgen aus. Und keiner hat Neues besorgt. Was? Ich seh' meine Albums noch. Ich seh' meine Albums noch, die sind da. Ja, das ist gut. Aber wie lange noch ist die Frage? Ja, das ist halt echt die Frage. Wie lange dauert das denn, bis das hier ein Tag wird, ey? Ja, okay, die Sonne ist gerade am Aufgehen. Da werden zumindest die Zombies weggebrutzelt.